Wir sitzen hier und betrinken uns, oder was ist der Trailer? Weil bis jetzt, sobald ich das beurteilen kann, habt ihr noch nix gedreht. Eva Duarte de Perón. Sie drehen mich, Alter. Du musst dich nicht so entspannen. Wer ist das? Das ist die Make-up-Dame. Das ist eine Schwingemutter. Was? Ist das ein Herz? Raus. Ja. Wer ist diese Frau? Was finden Sie jetzt? Wer ist das? Ich komme alleine klar. Wer hat Sie nicht interessiert? Ich bin am Artenreifen. Bitte die Fragen in die Kamera beantworten, Frau Perón. Was soll das jetzt? Bitte. Könnten wir bitte ein Mindestmaß an Respekt für... Das reicht. Unterlassen. Das reicht schon, Mutter. Wer nimmt seine Verantwortung als Präsident der Republik? Ja, bitte formulieren Sie eine andere Frage, ja? Also, das geht hier alles nicht in die richtige Richtung. Können Sie auch ein bisschen gegen Sensibilität für Ihren gesunde Klin-Zustand aufbauen? Ist das der Krebs? Nein, das ist nicht der Krebs. Also, bitte ein Mindestmaß an Respekt. Ein Mindestmaß. Hören Sie auf die Krebs! Füßt mich! Das läuft nicht so, wie ich mir das vorstellte. Frauenwahlrecht! 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 Frauenwahl 합 dialect! Mann! 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 Bis zum nächsten Mal.